Die Kino des Deutschen Filmmuseums Buenas noches, bienvenidos a todos, herzlich willkommen hier im Kino des Deutschen Filmmuseums zum fünften Edition von Diaz de Cine, lateinamerikanisches Filmfest. Wir freuen uns sehr, dass das Kino wieder so voll ist und wir freuen uns sehr besonders, heute Abend den Film von Joel Calero zeigen zu dürfen. Der Hegel ist bei uns hier zu Gast. Sie können schon herzlich willkommen, Joel. Nach dem Film werden wir die Gelegenheit haben, ihm Fragen zu stellen zu diesem sehr schönen Film. Ich würde auch ganz herzlich begrüßen hier den Konsul von Peru, der auch anwesend ist und ich wünsche allen einen sehr spannenden Abend und viel Spaß. Wir sehen uns bald wieder. Danke. Vielen Dank. 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 Buenas noches. Yo voy el primero a felicitarte por la película. Muchas gracias por traernos parte de la realidad ahora puesto en cine. Mi pregunta es, ¿qué te motiva o qué te motivó hacer este tipo de película, una suerte de diálogo sobre una etapa del Perú que ha tenido una profunda huella sin duda? Pero tú, como nueva generación de cineastas, la nueva generación, los nuevos exponentes, qué huella quisieras dejar con esta película en base a la etapa del diálogo que ellos realizan, que ellos llevan, es decir, la etapa del conflicto social que hubo en el Perú, pero que después ellos cuando se encuentran tratan de recordar un poco esto. Entonces, a ti, como nueva generación de este grupo, nueva gente, ¿cuál es la motivación que has tenido de poner en pantalla este tema? Yo voy a hacer un poco de plazo. Yo voy a hacer un gran agradecimiento, que tú eres, que tú eres, que tú eres, que tú eres aquí este gran gran filme. Tú eres ya una nueva generación de filmes de filmes de filmes. Y lo que me ha al tanto en este film, fue que tú a través de diálogos y la perúanía que tú eres una historia, una historia, una historia, una historia, que también se ha metido muy profundas en el país. ¿Cómo fue, por lo tanto, a esta obra, que se ha hecho con el diálogo? A ver, creo que los cineastas en primer lugar nos interesa hacer la película que quieres por tus motivaciones personales, por tu cinefilia, por el cine que has consumido. Lo que voy a decir más bien es una reflexión a posteriori. Yo ayer, cuando estábamos en el conversatorio en la universidad, decía que en el Perú no no ocurriría nunca lo que ocurrió en Uruguay o lo que ocurrió en Brasil, que es que un ex subversivo, llamémoslo, y es bien interesante porque, dependiendo de la elección léxica, creo que revela la ideología. No es lo mismo que alguien los llame subversivos o que los llame guerrilleros o que los llame terroristas. Pero de cualquier manera, no importa como lo llame, subversivo, guerrilleros o terroristas, en el Perú jamás ocurriría lo que ocurrió en Brasil o lo que ocurrió en Uruguay, que es cualquiera de estos nombres que devenga un presidente. Ja, also ich habe es ja am Freitag schon bei dem Seminar in der Uni versucht zu erklären. Und ich habe vor allem versucht, also die Situation von Peru mit der von Uruguay oder mit der von Brasilien zu vergleichen. Also wenn Sie sich da angucken, es fängt ja schon bei der Terminologie an, also die einen sagen Ex-Guerrilleros, die anderen sagen Terroristen, die anderen wiederum sagen Subversivo. Aber in diesen anderen beiden Ländern, also Brasilien und Uruguay, wäre es ja nie vorgekommen, dass also ein Ex-Guerrilleros, also Präsident wird. En el Perú ahora mismo se está transitando un proceso que se llama, bueno, la llamada Reconciliación Nacional. Pero cuando uno quiere reconciliarse, primero tiene que haber un reconocimiento de con quién me quiero reconciliar, quién es ese otro, ¿no es verdad? Y lo que ocurre en Perú es que ese otro con el que podría uno reconciliarse, llámese guerrilleros subversivo-terroristas, no tiene presencia en el Perú, porque es un sujeto, un apestado, un proscrito, un sujeto que no tiene presencia ni relevancia en el diálogo. Entonces, sin que yo me lo propusiera conscientemente, si soy consciente de que, por lo menos en Perú, lo que se generó fue una especie de reconocimiento de la humanidad, aunque parezca una tontería, una tautología, porque son seres humanos, de ese otro, ¿no? De ese otro demonizado. Es ist ja so, also in Perú bemüht man sich ja heute also um Versöhnung, um Dialog, um einfach diese sehr traumatische und schmerzhafte Geschichte also aufzuarbeiten, aber es ist ja andererseits so und ist egal, also sei es nun, ob man den Terrorist ex guerriero oder subversivo nennt, also die wurden ja so aus dem öffentlichen Leben verbannt, also auch diabolisiert, so dass sie ja eigentlich gar nicht im öffentlichen Leben präsent sind. Und wie soll man dann also auf eine nicht-präsenz zugehen? Un escritor decía, cuando nosotros llamamos a estos personajes que formaron parte del proceso de violencia política, los llamo Terroristas, estás como casi convirtiendo, o poniendo el tema en el terreno de la psicopatología, de la enfermedad, como si fuera un Aníbal Lecter, ¿no? Y decía más bien, lo que deberíamos hacer es recuperarlo y ubicarlo en el campo de la sociología o de la historia. Porque al margen de las muchas muertes que ocurrieron, por supuesto, uno no puede no entender esos procesos en el momento en que ocurrieron, en los 70 y en los 80, en los 60, digamos, también, pero es que eran las ideologías dominantes en esa época, y en esa época se pensaba que ese era el camino, ¿no? De alguna manera. Entonces, creo que es como devolverles las condiciones como históricas para entender parte de ese proceso, en el proceso más integral que es el de la reconciliación, que es el del diálogo con el otro. Pero para eso primero tiene que haber un otro que exista. Also, wenn man ja wirklich diesen Versöhnungsprozess ernst nimmt, dann müsste der erste Schritt ja der sein, dass man einfach also diese... Und gerade wenn man sie als Terroristen bezeichnet, dann ist das ja eine Psychopathologisierung, die müsste man wegnehmen, sondern man muss ja gucken, also die anderen ja wieder zu Menschen machen und zu Dialogpartnern und es fängt bei der Sprache an. Vielen Dank. Und ich denke, es gibt eine wichtige, in dem wir mit dem Film sind, die wir acostumbraten zu sehen, ist, dass es in guter Weise in dem Dialog ist. Wir haben eine Film, in der die Personen constantemente dialogieren. Ich gebe dir Zeit, um die Saison zu hören. Ja, also erstmal ganz herzlichen Dank für diesen wunderbaren und auch sehr anregenden Film. Und was mich ja auch überzeugt hat an diesem Film, ist ja einfach diese Dialoge und dass du also wirklich diesen Film auf Dialogen aufgebaut hast. Und dann, während ich die Film sehe und mich in diesem Element, denke ich, dass in irgendeiner Weise, was die Film sagt, ist, dass es eine Neuheit von Dialog gibt. Ein Dialog, der in einer Pantalle mit einigen Personen beginnt, aber der diese Pantalle sollte über eine bestimmte Realität zu erreichen. Also ich möchte nochmal darauf hinweisen, also wirklich auf diesen Dialog und dass du also auf diesem Dialog halt aufgebaut hast und dass dieser Dialog, der findet dann erstmal auf der Leinwand statt. Ich gehe aber davon aus, dass du den auch in die Gesellschaft, über diesen Film in die Gesellschaft tragen willst. Und meine Frage ist ja einfach, also wie hast du zu dieser Filmsprache gefunden? Ja, natürlich will ich diesen Dialog in die Gesellschaft bringen und also auch in Peru, also einfach zu nachdenken, anregen über das, was in der peruanischen Geschichte, die in den letzten 20 Jahren passiert ist. Und vielleicht was das, was passiert ist, mit dem actor der Filmsprache, muestra justamente diesen Niveau, den Dialog, der man will erreichen. Ich habe ayer, wenn wir uns eine Anäkdota haben, dass ich, wenn ich an der Filmsprache vorgelegt habe, dass ich ein Freund, der erste Film hatte, dass ich diesen Person zu erneu, seine Antwort war, Mientras él no le pida perdón al país en tu película, yo no la actúo. Y entonces luego vino un proceso de dos años en los que, pues como parte de la, asumiendo que ya estaba en la película, de hacer lecturas, de mirar películas y en concreto una indicación mía a él de no te refieras a tu personaje llamándolo terrorista. Llámalo si quieres asesino, llámalo si quieres delincuente, pero no terrorista. Porque el problema de utilizar la palabra terrorista y utilizar ese logotipo es que acaba fijando y acaba como bloqueando la capacidad de acercarse al personaje porque estás instalando el prejuicio o la masivización del prejuicio. Y luego de ese proceso, ¿no? Por eso el actor, a través de lecturas y tal, se acercó al personaje, ¿no? Y a mí me dio mucho gusto cuando ya estaba la película lista y entonces en cierto momento dice algo como... Yo empecé, por supuesto, imaginando a mi personaje como un demonio, con colas, con trinche, un demonio, para luego empezar a conocerlo, ¿no? Y ahora no es que lo celebre, pero me podría sentar a tomar un café con alguien así, ¿no? Y eso creo que es precisamente ese diálogo que él mismo estableció consigo mismo. Y lo que él decía es, si eso a mí me pasó como actor, ¿no? Que para interpretar a este personaje me supuso hacer un movimiento, sería interesante que otro tanto ocurriera con los espectadores. Y esa es finalmente la función del diálogo. Y la palabra, ¿no? sollte, also stark dämonisiert, hat sie sich vorgestellt als Teufel mit Törnern und Schwanz und im Laufe dieses über zweijährigen Annäherungsprozesses an diese Figur hat er dann am Ende gesagt, ja ich musste mich selbst also sehr infrage stellen, mir viele Fragen stellen und wenn ich also heute diesen Mann vor mir hätte, also dann wäre das kein Teufel mit Törnern und Schwanz mehr, sondern ein Mensch mit dem ich ja einen Kaffee trinken gehen würde und mit dem ich mich unterhalten würde, also diese ganze Dämonisierung ist damit weggefallen und ich kann den anderen als Menschen wahrnehmen. Ja, vielleicht noch eine Frage. Vielen Dank. Das sind diese Filme, die Menschen, die wirklich verletzten die Nation, die nicht geschlossen sind, sind oftmals über relatos geschlossen. Und dieses definitiv ist ein relatos abiertes. Wenn ich den desenlässt kann, kann ich sagen, dass die Herzen sind abiert sind. Esa escena en el baño de alguna forma nos hace evidente eso y nos quedamos con esa escena un tanto onírica en la que está en el que queda de alguna forma la piel y el aspecto sensorial entonces eso es un desenlace que me parece yo puedo hacer algo con eso pero me puedo imaginar que hay muchas personas que quedan insatisfechas con ese desenlace Also wenn ich mal ein bisschen übersetzen darf Ich übersetze mich auch gern selbst Ja, ok Und zwar bei diesem Film, die besonders sich mit nationalen Konflikten beschäftigen ist das Ende sehr wichtig und ich denke, dass bei diesem Film das Ende auch vielleicht viele Menschen nicht zufriedengestellt hat weil doch dieses Thema gern als eine abgeschlossene Geschichte gehandelt wird und deswegen ich sehe in diesem Ende eben einmal dass die Wunden offen sind also buchstäblich auch in dieser finalen Szene in diesem Bad und dass es aber eben auch um sensoriel ist also um das Gefühl geht da eigentlich zum Schluss in dieser traumatischen Szene eben doch die Haut spürbar wird Meine Frage ist eben wie 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 sind die Reaktionen jener die womöglich unzufrieden sind mit dieser mit diesem Ende der Geschichte Ja, du hast also wirklich den Finger in die Wunde gelegt und also ich habe wenn der Film auf Festivals gezeigt wird dann gibt es immer zwei Reaktionen die einen sagen ach ist ja ein tolles Ende und wunderbar wunderschön und die anderen sagen nee, nee also so geht es ja nicht also da fehlt irgendwie noch was um das Ganze rund zu machen Haciendo un resumen de las de las sensaciones del final hay quienes objetan digamos que sea una escena sexual para mi no lo es porque creo que no hay o sea yo sé que es una escena que transcurre un dormitorio con una mujer que está encima de un hombre pero no es una escena sexual aunque transcurre una cama porque nada hay en ese rostro de ella congestionado que evoque sexualidad aun cuando esté con el torso desnudo porque además creo que no tendría energía después de ese día como para tener esa especie de escaramuza que es hacer el amor ja also jetzt so nie also wenn man diese schlusszene und die zähne im Bett also die Frau sitzt auf dem Mann für mich hat diese Szene überhaupt nichts sexuelles sondern es geht also weit tiefer es geht es hat auch so ein versöhnliches Moment und aber insgesamt es es eher die gelungene Bildsprache für das Ende des Films aber es 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 totalmente distinta a la película porque por ejemplo es una película esencialmente dialógica donde todos hablan y en la escena última no hablan es una película dominantemente fría y es una escena fotografiada cálida es una película en la que no hay música extradiegética y en esta si la hay entonces por lo menos si reconozco que es una escena distinta de todo y entonces a mí me ha llamado la atención como dice Félix que hay quienes miran que la escena es un sueño una especie de metáfora y bueno por supuesto que estoy de acuerdo también porque ya no importa que haya sido el director la película existe en la medida en que cada espectador la decodifica y la siente y la percibe la das ist eigentlich der Hauptunterschied. Also wenn ich die Schlussszene nochmal zu drehen hätte und ich hatte mir auch schon überlegt, wie ich das machen könnte. Also die Ursprungsidee war ja die, ich will also zwei Figuren zeigen, die also an diesem Tag also wieder sehr stark mit ihrer Vergangenheit, mit ihren Erinnerungen konfrontiert worden waren und wenn sie sich an die Szene auf der Toilette erinnern, also wo es ja schon sehr gewalttätig zu ging, also so ein Schluss, das wäre es auch nicht gewesen. Jetzt nochmal ins Schlafzimmer zurückgehend, also zu dieser Bettszene, vielleicht würde ich da also heute ein bisschen was von wegnehmen, also so, dass die sexuellen Konnotationen noch mehr rausgenommen werden würden, dafür aber so eine Annäherung oder so einen etwas leicht zärtlichen Umgang miteinander. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja. 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 Ich weiß jetzt gar nicht mehr, also erstmal der Film hat mir also gut gefallen, jetzt weiß ich also gar nicht mehr, ob mir die Schlussszene noch so gut gefällt, wie sie mir am Anfang gefallen hat, aber was mich insgesamt an dem Film sehr beeindruckt hat, war ja wie so persönliche Konflikte und politische Konflikte miteinander verschränkt und verquickt wurden. Und vor allem also in dieser Szene, wo die beiden im Restaurant beim Essen sitzen, wo er ja dann auch fragt, also warum hast du mich verlassen, hast du mich, also ja nicht wegen der Politik, sondern wegen mir halt, also meiner Person verlassen. Ja. 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 Also es geht ja einfach nochmal um um diese Verschränkung von Politik und sehr persönliche, also intime Szenen und für mich gab es also neben dieser Szene im Restaurant, also die Schlussszene in dem Film und die hatte für mich schon etwas Sexuelles und es geht ja auch viel um Versöhnung, Annäherung und wenn die beiden sich dann sexuell annähern, heißt das also auch, dass das so eine Art Versöhnung auf einer höheren Ebene auch stattgefunden hat. Ich weiß nicht, wie ich das so ausdrücken soll. No es una respuesta retórica, pero si para ti es una escena sexual, es una escena sexual. Ja, das ist jetzt keine retorische Antwort, aber wenn du das für eine sexuelle Szene hältst, dann ist es das auch. Ich glaube, ich glaube, in diesem Moment habe ich den gleichen Estatut, ich bin auch noch mehr von dem Film und mit dem Film und mit den Aktoren. De hecho, es un tema que conversábamos con los actores y ellos, por ejemplo, pensaban que no. O sea, bueno, dependiendo qué sexual, es una escena en la que están sujetos desnudos, abrazándose, reconciliándose, pero sin ese componente sexual, literal, genital casi, te diría, que sentíamos, los actores sentían que no había esa energía. Había sido un día demasiado devastador y no había ese resto de líbido, de pulsión, celebratoria, que tenía de alguna manera el sexo. Ellos pensaban que no, pero, como te digo, o sea... Ja, gut, es hat ja jeder Zuschauer, Zuschauer hat ja so seine eigene Sichtweise und dann daraufhin auch seine eigene Interpretationsweise des Films, also meines Erachtens, und man muss ja auch wirklich bedenken, dass die einen ziemlich zerreißenden und auffühlenden Tag hinter sich hatten und meines Erachtens gab es da also das, was wirklich eine positive sexuelle Energie und Libido ausstrahlt, das hatten die gar nicht mehr an diesem Tag. Creo que hay otra pregunta ahí. No sé si hay más preguntas. No sé, Laura, si tenemos más tiempo para más preguntas. Sí, muchas gracias por organizar esta película. Casi no entro y estoy muy contenta de haberlo logrado en último minuto. A mí me gusta mucho ese juego que tú haces un poco así con los clichés, con los prejuicios que tenemos, la pituca, el terruc, digamos así, ¿no? Así, si uno lo habla así. Y yo estoy hace 20 años acá en Alemania y a veces pienso que los peruanos que estamos acá, como que estamos, somos diferentes, pero estamos acá y nos comprendemos, nos entendemos y de repente viene algo, por ejemplo, una palabra que yo dije. Una vez dije, sí, en el tiempo del terrorismo y una señora me dijo, lucha armada. Y yo sentí que la ofendí. Fue muy fuerte para mí. O una vez un chico me dijo, pero ¿cómo si estudiaste tú en San Marcos, no te volviste terruca? Y me chocó, y ahí me doy cuenta de que hay muchas cosas en nuestra cabeza que están muy fijas. Sí, es así. Primero, yo ya casi no llegué a los filmes. Entonces, yo estoy feliz, de que yo conseguí verlo. Eso me ha dado mucho. Y nosotros en Peruana, que vivimos aquí, nos encontramos a veces y nos ponemos a ciertas palabras y nos ponemos a ciertas palabras como fijas nuestras imaginaciones en el corazón sobre esta época y sobre el enfrentamiento. Sí, y también lo que me parece interesante es que en la película tú muestras que hay una etapa política donde la chica está bastante activa y con el paso de los tiempos ya dice, ¿no? Eso del plasma, del televisor plasma. O sea que falta esa lucha, que fue una ideología. Y yo creo que a veces uno más o menos se identifica con eso, ¿no? que cuando uno está joven, está en ese plan de cambiar el mundo y pasa el tiempo y ya ese ímpetu de poder cambiar se relativiza. Eso me pareció también bastante interesante. Was ich ja auch also bei der weiblichen Darstellerin für sehr interessant halte, also die war ja in ihrer Jugend, sie war ja, war sie auch im bewaffneten Kampf, hat sich später davon aber losgesagt und hat ja auch mal gesagt, ja, also heute wären das ein Fernsehen und andere Dinge weitaus wichtiger für sie. Ist das dann also auch eine Frage des Erwachsenwerden, von Erwachsenwerden Prozessen, dass man dann von, ja, so Dingen wie dem bewaffneten Kampf sich verabschiedet. Ja, also um nochmal auf die erste Frage zurückzukommen, ja, weder so dieses bourgeois weibchen, er war weder der Vollblut-Tourist und deswegen haben wir auch also dem Schauspieler wirklich gesagt, also bitte verzichte, also versuche diese Figur nicht unter dem Aspekt, unter dem Wort Terrorist abzuhandeln und wahrzunehmen. Und in dem Prozesse der Beziehung der Beziehung der Beziehung, wir haben uns mit einer Sitzung von Jose Pepe Mujica, der Ex-Präsident Uruguay, der Guerrero Tupamaro, das war uns sehr. Er sagte, natürlich, das muss man sich soziale und historisch darstellen, er hat ein Zeitpunkt, wir wollten die Gesellschaft verändern. Ja, und wir haben also, als wir den Film gedreht haben oder in den ganzen Vorbereitungsarbeiten, haben wir also auch mit einem Zitat des ehemaligen Präsidenten von Uruguay, Pepe Mujica, gearbeitet, es war ja ein Ex-Präsident Uruguay, und der sagte, früher wollten wir die Revolution machen, und heute begnügen wir uns von einer Straße oder von einem Bürgersteig auf die andere Seite zu kommen. Und in diesem Sinne, por ejemplo, Ramon, der Personage Masculino, ist jemand, der in seinem Leben hat ein niveau der soziale Ebene mit dem ich ich dachte, weil er hilft, die Böden, die in microcrediten arbeiten, aber, dass er ein niveau der soziale Ebene hat, hat eine tremende Frustration, Talvez porque sigue pensando en la desmesura de los ideales de los ochenta, de los setentas, de ese transformar la sociedad. Ja, und Ramon, also diese Figur im Roman, der ist ja noch einigermaßen kohärent mit dem, was er in der Jugend, in seiner Jugend gedacht hat, also er kümmert sich ja um microcredite, und auf der anderen Seite, wenn er das, was er jetzt, also mit dieser Arbeit, mit den microcrediten macht, mit seinen revolutionären träumen von einst vergleicht oder auch daran misst, dann bleibt er ja weit hinter diesen Idealen zurück. En cambio Laura, aunque trabaja como publicista y no tiene ninguna incidencia social en su quehacer diario, si tiene la fantasía, ¿no? Cuando yo tenga mi restaurante le voy a pagar el precio justo al proveedor, ¿no? Pero eso es como tal vez la escala, porque ella de alguna manera, por lo menos en su fantasía comprende que la escala de lo que se puede hacer ahora es una escala pequeña, doméstica, ¿no? de un entorno pequeño y esa es toda la revolución posible que puedes hacer. Ja, und bei Laura es es ja, also die hat weniger, bei ihrer die Arbeit in der Werbung und hat also auch weniger soziale Ansprüche, allerdings träumt sie ja auch davon, also sie hätte gern dieses kleine Restaurant, wo dann also mit organischen Nahrungsmitteln oder Essen halt gehandelt wird, also sie hat auch noch diesen kleinen Traum und heute und sie begnügt sich, also sie hat nicht diesen riesigen unbegrenzten Anspruch, sondern weiß also kleine Brötchen backen. Creo que hay una pregunta más? ¿Hay una pregunta más? La última ya, lo siento. Que responsabilidad. Hemos hablado mucho de diálogo, diálogo y nos ha explicado que Ramón no debería ser llamado terrorista, pero le hemos visto una persona muy violenta en la única escena crítica con el ladrón y también en el final en el baño, ¿no? Como entonces para mí ya no es una persona con quien tomar un café. ¿Cómo nos puede explicar eso? Also es ya so Ramón o sea es un personaje violento sin duda es un personaje que tiene frustraciones ¿no? Pero no es un terrorista digo la palabra terrorista creo que tiene un peso ontológico que no nos sirve para pensar no nos sirve a los peruanos porque por ejemplo en Perú hace muy poquito fue liberada una miembro del sendero luminoso y la sociedad peruana entró en una histeria desde mi punto de vista ridícula porque había salido de la cárcel y está vamos si alguien comete un delito y 25 años después sale pues está bien cumplió la ley ejerció y castigó ¿no? Lo que no está bien es que una sociedad siga estigmatizando siga provocando desde el logotipo de terrorista ¿no? No sirve no nos sirve o sea la palabra es demasiado gruesa ominosa poco sutil tosca como para pensarnos a eso es a lo que me refería y eso no significa que esos sujetos no sean siendo pues asesinos o violentos que lo son ¿no? Pero pero creo que no es solamente una cuestión de lenguaje es como una cuestión más de sutileza para aproximarnos a un proceso que necesitamos todavía transitar Es claro Ramón es un gero y un hombre con grandes frustraciones pero me 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 so mit dem Wort Terrorismus zu stigmatisieren. Ich erinnere mich daran, vor einem Monat ist ein politischer Gefangenen nach 25 Jahren aus der Haft entlassen worden. Da gab es also so eine richtige Hysterie. Man konnte nicht einfach sagen, okay, der hat jetzt seine Strafe verbüßt, er ist in einem Gefängnis, sondern das ging weit darüber hinaus und hat sich also auch sprachlich festgemacht. Und dagegen verwahre ich mich, weil es verengt den Blickwinkel. Muchísimas gracias por estar acá. De nada, gracias. De nada.